Guten Abend, guten Nacht, mit Rosenbedacht, mit Nägleinbesteck schlug unter die Däck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Untertitelung des ZDF, 2020 Petra, 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 endlich finde ich dich. Welch ein Zufall. Ja, ich... Entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau. Komm mit. Also, was werden Sie jetzt tun?